Diese Fehler sehen wir bei Webseiten immer wieder. Was wir immer wieder sehen ist, dass es noch immer Webseiten gibt, die nicht SSL-verschlüsselt sind. Das heißt, wenn du die Webseite in deinem Browser aufrufst und es steht dort nicht HTTPS oder es ist dieses kleine Schloss-Symbol, das geschlossen ist dabei, dann ist deine Webseite nicht verschlüsselt und das heißt, Angreifer können deine Webseite hacken, Angreifer können zum Beispiel die Kontaktformularübermittlung in deiner Webseite zu sich umleiten und so die Daten deiner User abziehen. Das ist absolut mittlerweile ein No-Go. Google ist auch sehr stark dahinter, dass Webseiten SSL-verschlüsselt werden. Das heißt, sehr wahrscheinlich wirst du mit einer nicht verschlüsselten Webseite auch nicht mehr gut im Google-Ranking aufscheinen. Das solltest du unbedingt am besten noch heute beheben, falls das für deine Webseite zutrifft. Ebenfalls ganz wichtig, es gibt noch immer Webseiten, die nicht für ein Smartphone optimiert sind. Es ist jetzt aktuell 2019. Wie kann es sein, dass deine Webseite noch immer nicht auf einem Smartphone läuft? Bei den meisten Webseiten, vor allem die, die an Endverbraucher ausgerichtet sind, haben wir mittlerweile oft 60% aller Zugriffe über Mobiltelefone. Wenn ich dann rumpinschen und zoomen muss auf deiner Webseite, bin ich wieder weg und gehe zum Mitbewerber, der eine optimierte Webseite hat. Das muss unbedingt behoben werden. Ebenfalls ein Thema, das wir immer wieder sehen, gerade bei Webseiten, die nicht so oft gewartet werden, ist etwas, das wir unseriös nennen. Das muss jetzt nicht zwingend heißen, dass du pornografische Inhalte auf deiner Webseite hast. Das kann einfach nur bedeuten, dass du auf deiner Webseite nicht vollkommen klarstellst, wer dahinter steckt, wer sind die Leute dahinter, wer ist das Unternehmen dahinter, wie kann ich herausfinden, wer du bist und warum du machst, was du machst. Das meinen wir mit einem unseriösen Auftritt und deswegen ist auch ganz wichtig, dass du auf deiner Webseite eine Über-mich- oder Über-uns-Abteilung hast, die erklärt, warum du tust, was du tust. Und der vierte wichtige Punkt ist veralteter Content. Das Schlimmste, was es gibt, ist, du musst dir vorstellen, du suchst nach einem Produkt, du kommst auf eine Webseite, dort steht News und der letzte News-Eintrag ist von 2013. Da fragst du dich als erstes, gibt es die überhaupt noch, lebt das Unternehmen überhaupt noch, wann sind die in Konkurs gegangen. Deswegen ist immer wichtig, du musst deinen Content immer wieder überarbeiten, du musst immer wieder neue News-Beiträge reinstellen und auch wenn du nicht in der Lage bist, einen fortlaufenden Blog zu führen, solltest du trotzdem zumindest zwei-, dreimal im Jahr irgendwas mit einem Datum an deiner Webseite ändern, sodass die Leute sehen, halt, die leben noch. Der einfachste Trick dazu ist, wenn du ganz unten ein Copyright einfügst und im Copyright die richtige Jahreszahl hast. Also nicht 2013, sondern das heurige Jahr. Wenn du weitere Fragen zum Thema Webdesign hast, melde dich einfach bei uns, wir helfen dir gerne weiter. Danke, Luke. Danke, verschiedene Haaren. Danke, Danke. Das temptation-icht. Danke- manter divide. Danke Danke. 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 Danke schön. Danke搬 flare. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020